Und ja, herzlich willkommen hier zurück bei mir, bei meinem Kanal und wir spielen heute wieder Harry Potter, also Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 und natürlich dann, wenn dies dann vorbei ist, aber wir sind ja noch sehr weit am Anfang, Harry Potter, also Lego Harry Potter 5 bis 7 die Jahre, ne? Aber gucken wir uns einfach mal an, wo wir stehen geblieben sind, wir hatten glaube ich 2 Level geschafft und statten wir uns einfach mal, laden, bestätigen, ja bitte, da ist Harry Potter ins Kopf und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe eine ganz, ganz liebe Kommentarschreiberin mit im Hintergrund, die mir sehr viel hilft, muss ich gleich ehrlich sagen, finde ich total klasse, liebe Lucy Freak, wenn ich dich richtig ausspreche, kenne ich zumindest eher als Hailstorm Freak Und danke nochmal für deine lieben, netten Kommentare, ich wollte eigentlich gerne wieder zum Spiel zurück, komm ich, wie komme ich wieder zurück zum Spiel? Ja, bitte die Geschichte fortsetzen, danke Ja, wenn man das noch nicht so durchschreibt Oh, hallo Ich jetzt hier lang gehe Bin dann richtig? Ich bin zumindest im Tisch Oh, wie schick das hier aussieht Und ich rechte, damit das Lucy Freak weiß, was das hier für Geist ist, am besten auch noch vom Namen her, oder? Na, wer bist du? Oh Ich wollte das, ähm, warte, kann man hier nichts machen? Guck mal hier Oh, schick, was die man hier machen kann Das ist echt, die haben sich so viel Mühe gegeben für das Spiel, das finde ich einfach noch Hammer Kannst du hier noch irgendwas? Nee, das reicht dann wohl nur das hier Super Super Kann man hier rein? Nein, geht natürlich nicht Und wir schauen uns einfach weiter hier eine Runde um Vingardium Libiosa Ähm, okay Du hast keinen Kopf Ich lasse ihn ja mal mit Ähm, ähm, ähm Oh, hier kann man was machen Schwupp Ah, wir nehmen Feuer, damit das hier leuchtet Super Finde ich gut so Aber, ich weiß jetzt gerade nicht Ich hoffe, wir machen jetzt was richtig Oder Wir machen vielleicht auch gerade nur sinnloses Zeug Wir haben zumindest jetzt noch vor kurzem Hermine gerettet, das weiß ich noch Ich hatte jetzt, habe ich schon bei Final Fantasy gesagt, bin ich etwas erkrankt gewesen Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Part eher kommt als Final Fantasy Wo es erzählt habe, wenn nicht, ich war leider etwas kaputt, erkältet mäßig Ähm, es verschöne die falsche Taste So, kann ich mal mitnehmen, was man so kaputt machen kann So einigermaßen zumindest Aber jetzt hier Was ist da? Komm, wir retten, wir sehen hier Oh, wir haben jemand gerettet Hey, geht's dir gut? Schön Wir haben Leute glücklich gemacht Gott, ich gucke da mal böse Ja, wir gehen mal wieder raus Wir sollen hier raus Ähm, gehen wir einfach mal woanders lang Der sagt uns ja bestimmt, wo wir hin sollen Was ist denn damit? Oh Ups Kann ich den Apfel irgendwie wieder abstellen Okay So ist okay, gut Ähm, ich lerne das jetzt hier gerade auch wieder alles ein bisschen Hier kann man nichts kaputt machen Jetzt habe ich das in der Hand Muss man das hier irgendwie Hä? Ich muss das jetzt gerade erstmal verstehen Er will, dass wir das hier aufheben Die schubst man mal weg Nehmen wir ihn mal Und dann nehmen wir noch den Apfel wieder mit Oh Ja, komm Nehmen wir hier mit Wie es aussieht, ist es Ah, guck mal Wir müssen hier runter Dann gehen wir einfach mal in die Richtung Mal schauen, was jetzt so passiert Der fast kopflose Nick So kenne ich ihn Steht auch in den Kommentaren nochmal was interessantes da Schmeißen wir sie mal hier rum Hier auch Und die Sachen, die kann man dann später noch mit aufheben So habe ich das herausgefunden Oder Wurde mir so gesagt Sag mal lieber so Mal lieben Lissi Ich glaube, wie gerne wieder Harry sein Danke Gehen einfach mal jetzt hinterher Noch eine Runde Im Wingardium Leviosa Ein neuer Zauber Das war gut Das hat mir gefallen Was macht der da jetzt Interessant, ne Wie es aussieht Genau Wir wollen den neuen Zauber Das ist alles sehr dunkel Wie man sieht So Okay Ja nun Woher denn jetzt Soll ich das hier wechseln Und Wohin damit Muss das jetzt hier in die Mitte Ah Ich verstehe Gut Wir müssen das jetzt wieder ganz machen Oder wie Nochmal ganz kurz hier Hier sagt Das ist so Okay Tauschen mal wieder Ein stückchen zurück Nur ein stückchen Mal schauen was er hier zu sagt Okay Ich sehe gerade das problem Wir hätten Zurück damit Und dass wir auch Erstmal muss das hier hin Dann muss Dann muss Das hier irgendwie Nein Nein Mapp mich nicht spiel Warte Warte Nochmal weg damit bitte War das schon richtig jetzt Vielleicht soll das ja doch so Von mir aus kann das auch gerne so sein Okay Nehmen wir das mal so hin Und dann hier hoch Was ist hier da jetzt mit Oh okay Hoch Hier macht noch jemand was mit dem Ding Ja ist okay Aha Man lernt nie aus Ich gehe mal hier runter Und stelle das hier ran Ich gehe jetzt nochmal nach oben Ich schaue nochmal sicher Als ob da oben noch was ist Wir müssen also das Gerät Das Gerät ja Das Gerät ganz machen Das Gerät kann alles Das los danke Dann nach unten springen Super Noch zwei stück brauchen wir davon Gucken wir da ist noch eins So jetzt wird nur noch eins Oder schläft eine Hallo aufstehen So wird die Schlafmützen So wir schauen weiter Wir kriegen das noch auf die Reihe heute Hoffentlich Egal Mir geht es gerade mal nicht um die Münzen Oh hier war es Ich habe es mir doch gedacht Was ist jetzt passiert Das war jetzt komisch Jetzt Lumos Freigestaltet Okay wir haben jetzt Lumos Klasse und einen Stein dazu bekommen Jetzt haben wir schon 13 von 200 Das hat doch schon mal was Es läuft schon mal gut Ich möchte aber gerne Gucken wie man da noch rankommen könnte Na gut Wir sind erstmal egal Wir gehen jetzt hier raus Wir haben das geschafft Wir sollten Das ist jetzt gerade am wichtigsten So Das ist hiermit geklärt Wir gehen jetzt hier zurück Warte mal Können wir jetzt Cool Cool Uiuiui Was machst du Was ist mit der Fight Geht doch Ich wollte es haben Kippendormädchen Freigeschaltet Yay Wir haben was geschafft Entschuldigung Falls ich jetzt etwas ruhiger bin heute Ich gucke hier auch gerade noch ein bisschen durch Was sucht das ja auch alles zu verstehen Super Okay So Hallo Das können wir hier lang Wie du siehst Hast kopflos Anleg Hey Genau Super Was ist mit dir falsch Was ist hier los Kann man hier malen Oh wie mein Wie mein Wie mein Wie mein Wie mein Wie mein Wie schick Reicht das schon Was ist mit denen falsch Verstehen die sich jetzt endlich wieder Was ist da jetzt drin Ah jetzt Wir haben das Bein Nichtsende gemalt Entschuldigung ihr Lieben Ich würde sagen Wir gehen jetzt den weg weiter Damit wir hier natürlich auch noch ein bisschen was miterleben können Mal kurz hier gucken So ist alles einwandfrei und super gelaufen So Sachen nehmen wir noch mit Und jetzt lauf mal runter Oh Professor Snape Wenn ich das richtig sehe Aha Mit einem Trank wird man stärker Sollen wir das verstehen damit Was macht er jetzt Er guckt immer so böse Oder Professor Snape Mal schauen was hier draus wird Könnte da dann Die Maus ran Okay Nehmen wir es doch damit Ähm Okay Bob 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 Wir sollen das zeug also sammeln Ich verstehe für das erste Ron Hol deine maus raus Ernsthaft Jetzt kann sie auch da lang laufen Komm los du schaffst das So dann werden wir das mal in den Zaubertrank tun hier Dann haben wir da Oder wir legen es einfach daneben Ich finde hier aber noch ein was Das ist der Greifarm Jetzt muss ich erstmal schauen wo finden wir diesen Harry ist deine Aufgabe Hoffentlich Hier ist kein Greifarm zu sehen Okay Bin ich gerade blind Bin ich gerade blind? Oh Wo ist der? Mal angreifen Wo findet man das Ding? Ich rechne mal einfach dass wir Irgendwas hiervon brauchen Oh Gott Hat er das denn hingeschossen? Ach ernsthaft Okay Das war etwas eigenartig Na komm hoch mit dir Hinein Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Komm Das sollte jetzt hiermit reichen Oh Gott Starker Harry Potter Stärke trank Freigeschaltet Super Schön wie das gelaufen ist Cool Freut mich gerade sehr Da haben wir jetzt schon wieder den nächsten Teil geschafft Und wir haben jetzt immer mehr Und da würde ich auch mit sagen Das war es dann für diesen Part Fürs erste Ich danke euch fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Lieben Bis dann Ciao